Hans im Glück Hans hatte sieben Jahre bei einem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm. Herr, meine Zeit ist da rum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Herr, gib mir meinen Lohn. Der Herr antwortete, du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem mundanen Pferd vorbeitraubte. Ach, sprach Hans ganz laut, was ist das Reiten, ein schönes Ding. Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuhe und kommt fort. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief, hi, Hans, warum hörst du auch zu Fuß? Ich muss ja wohl, antwortete er, da hab ich einen Klumpen heim zu tragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten, auch drückt mir es auf die Schulter. Weißt du was, sagte der Reiter, wir wollen tauschen, ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Von Herzen gern sprach Hans, aber ich sag euch, ihr müsst euch damit schleppen. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und hälfte bei uns hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach, wenn's nun recht geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schneizen und hopp, hopp, rufen. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahin ritt. Über ein Weilchen weht sie mein, es sollte noch schneller gehen und fing an, mit der Zunge zu schneizen und hopp, hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in den starken Trab und ehe sich Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Ecke von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich her trieb. Hans ruchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauer, es ist ein schlechter Spaß, das Reiten zu machen, wenn man auf so eine Meere gerät wie diese, die stößt und eine herabwirft, dass man den Heiz brechen kann. Ich setze mich nun immer mehr wieder auf. Da lobe ich mir eure Kuh, da kann einer mit der Gemächlichkeit hinterher gehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewissen. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Nun sprach der Bauer, geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen. Hans verlegte mit tausend Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt heilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. Hab ich nur ein Stück Brot und daran wird mir's doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mir's beliebt, Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er halt, haß in den großen Freuden alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot rein auf und ließ sich für seine letzten Paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze war trockender, je näher der Mütter kam, und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da war es ihm ganz heiß, sodass im Verdurst die Zunge am Gaumen klebte. Dem Ding ist zu helfen, dachte Hans. Jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er fand sie in einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang gar nicht mehr besinnen konnte, wo er war. glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schubkarren und ein junges Schwein hegen hatte. Was sind das für Streiche? rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm eine Flasche und sprach. Da trinkt einmal und er holt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taucht oder zum Schlachten. Ei, ei, sprach Hans und strech sich die Haare über den Kopf. Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann. Was gibt's für Fleisch? Aber ich mache mir aus dem Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte. Das schmeckt anders. Dabei noch die Würste. Hört, Hans, sprach der Metzger. Euch zu Liebe vielleicht tauschen und vielleicht das Schwein für die Kuh lassen. Gott lohnt euch eure Freundschaft, sprach Hans, übergab ihm die Kuh, ließ das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, wo alles gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ginge. Begegnete ihm ja eine Verdrießlichkeit, so würde es doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie immer er so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursch erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Kind aufs Schmaus brächte, hebt einmal Feuer fort und packte sie bei den Flügeln. Wie schwer sie ist, die ist aber auch acht Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen. Ja, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand. Die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch keine Sache. Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedecklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. Hört Finger darauf an, mit eurem Schweine mag es nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre ein schlechter Handel, wenn sie euch mit dem Schwein erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins Fenster auch gesteckt werdet. Dem guten Hans war bang. Ach Gott, sprach er, hilft mir aus der Not. Ihr wisst, hier rum bessern Bescheid. Nehmt mein Schwein da und lasst mir eure Gans. Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen, antwortete der Brüsche. Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr uns Unglück geratet. Denn er warst das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seine Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arme der Heimat zu. Wenn ich's recht überlege, sprach er mit sich selbst, habe ich noch Vorteil bei dem Tausch. Erst nicht den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird, und das gibt Gänsefettbrot auf ein Viertel her. Und endlich die schönen weißen Federn, die lasse ich mir in mein Kopfkissen stoppen, und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird mein Mutter eine Freude haben? Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrt, und er sang dazu. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mit Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redet er ihn an, und sprach, euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei euren Schleifen seid. Ja, antwortete der Scherenschleifer. Das Handwerk hat einen gültigen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft? Die hab ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht. Und das Schwein, das hab ich für eine Kuh gekriegt. Und die Kuh, die hab ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd, dafür hab ich einen Toppen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben. Und das Gold, Ei, das war mein Hund für sieben Jahre Dienst. Ihr habt euch jederzeit zur Hilfe gewusst, sprach der Schleifer. Könnt ihr es nur dahin bringen, und dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aussteht. So habt ihr euer Glück gemacht. Wieso nicht das Anfang, sprach Hans? Ihr müsst ein Steifer werden, wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts, als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Da hab ich einen. Der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür seid ihr mir aber auch weiter nichts, als eure Gans gibt. Wollt ihr das? Wie könnt ihr noch fragen? antwortete Hans. Ich werde hier auf zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife. Was brauche ich da länger zu sorgen? Rechte ihm die Kanzchen und nahm den Wetzstein und nahm den Wetzstein in Empfang. Nun sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag auf. Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt, und die ihre alten Nägel gerade knüpfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf. Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchtet ihm vor Freude. Ich muss in einer Gdixaut geboren sein, rief er aus. Alles, was ich wünsche, trifft mir ein, wie einem Sonntagskind. Indessen, weil das ein Tagesanbruch auf dem Bein gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagt ihn die Hunger, da er an allen Vorrat auf einmal in der Freude über die handelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre. Wenn er sie jetzt gerade nicht zu tragen braucht. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnengeschlecht, wollte er um und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitz nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken beginnen. Darauf sah er erst, stieß er ein klein wenig an und beide Steine plumpften hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Trennen in den Augen, dass er ihm auch diese Garde noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art und ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hatte, die ihm allein noch innerlich gewesen wären. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und Freifen anerlost, sprang er nun fort, wer sei daheim, bei seiner Mutter war.